Der Weg in die Kryptowelt, das war ein besonderer. Für mich war immer wichtig, dass die Menschen einen Vorteil haben für das, was ich ihnen anbiete. Und Gold bedeutet für mich Freiheit und Unabhängigkeit für die Menschen. Momentan sind wir eingeschränkt durch das Finanzsystem und das möchte ich gerne ändern. Unser CEO ist eine sehr innovativer Person. Er hat über die Kryptoweltung gedacht, denn jeder kennt die Kryptoweltung. Das ist der nächste Bum. Man kann in einen Bank mit einem Bank-Account gehen, ja. Man kann irgendwo Geld kaufen, ja. Man kann irgendwo digitale Kryptoweltung kaufen, ja. Aber alles von einer Hand, von einer Firma, das hat niemals vorhanden. Harald Seitz kenne ich nun schon seit Jahren. Und er hat immer alles, alles, was er sich vorgenommen hat, hat er umgesetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass in naher Zukunft die ganze Welt darüber reden wird. It's about time to introduce the KB Universe. At the center of our ecosystem is the Carrot Coin Bank. It is the world's first fully licensed crypto bank with a base capital of 100 million US dollars and is offering the KCB, a stable coin with a limitation of 50 billion units. The bank also holds the license for our gold mine in Madagascar, which has a gold volume worth 1.1 billion US dollars. The Carrot Coin Bank will draw all the gold it needs to back up our cryptocurrencies from there. The Carrot Gold Corporation will transact all real asset business within the KB Universe, handling gold and cash gold. It is also offering our most exciting and innovative product, the KBC, the first and only gold-backed cryptocurrency in the world. Unser Ökosystem ist so aufgebaut, dass wir eine Lösung für die ganze Welt bereitstellen. Wir haben weltweit unsere ATMs, an denen jeder den Coin wechseln kann und auch Cash Gold dort beziehen kann. Und die Leute können mit ihrem Cash Gold, den sie in ihrem E-Wallet hatten, und sie mit dem ATM retrieben direkt zu den Servicepartnern und sagen, ich will dein Produkt kaufen, aber nicht mit dem inflativen Geld, den wir haben. Ich will mein Cash Gold benutzen, basiert auf dem Carrot Bars-Universum, und kaufen deine Produkte und Services. Das ist die Idee dahinter. Es gibt einige Coins, die sich in Golddeckung versuchen, aber es sind meistens Kontrakts. Es geht um das physische Gold, das dahinter steht, dass ein Wert dahinter ist. Die KB-Universität gibt Ihnen all die Services benötig um zu trade und zu finanzieren Ihre Funds. KaratBit offers Ihnen eine Plattform für Ihre Crypto-Currenze für Cash Gold, US Dollars oder Euros, und vice-versa. KaratPay gibt Ihnen die Möglichkeit zu machen Business Online und zu payen Produkte und Services mit der Trust von Gold backing es. Die KCB-Coin ist unsere Digital-Currenze genutzt für alle Transaktionen in der KB-Universität. KaratBit, KaratPay und die KCB will generieren Revenue mit jeder Transaktion gemacht. Und die Profit die Services produzieren, geht direkt in die KB-Universität und die Entwicklung der KCB-Universität. Die KCB-Universität können Sie kaufen in der KCB-Universität und die KCB-Universität in der KCB-Universität und die KCB-Universität können Sie online mit KCB-Universität wie PayPal, KCB-Universität oder andere Sachen. So, Sie wollen Sie von Gold in Ihre Back-Office in Ihre Back-Office zu Cash-Gold, our currency, our physical currency oder Sie wollen Sie mit Digital-Currenze in irgendwelche Weise. Sie werden immer die KCB-Universität in der KCB-Universität und die KCB-Universität mit Ihren Back-Office oder Ihren Wallet-Systeme oder Ihren Wallet-Systeme. Die meisten KCB-Universität sind nur die Idee oder Projekte oder etwas, aber es gab keine Real-Asset in eine Digital-Coin so far. Und das ist die erste Mal, das passiert mit der KCB-Universität. Our token is called ERC-20 token. When someone comes here, they can buy the token. We have a physical limit for the KBC token. Our closed ecosystem is a win-win situation for both our coins and our partners. Whenever the bank buys gold to back the KBC, its value increases. Demand and trading volume for the KBC go up, resulting in more fee revenues for the bank, which it can reinvest. Now that the bank has bought more gold, the value of the bank and the KCB will rise accordingly, again resulting in more trade and demand for the KCB, which means more revenues to further build up our ecosystem. Our reinvestments will always positively affect both coins and generate a cycle of value increase. A value that is always backed by real assets. And every time there is a transaction, there is a fee. The fee goes into a bank, but the fee is less than everywhere else in the world. And this fee goes into the profit of the bank and that profit will be shared with every coin holder out there. We use 50% of the revenue from our transaction fees to develop new infrastructures, build ATMs and mine resources. So we are constantly expanding the trading possibilities for our users and making the KCB more profitable and user friendly. With more trading options available, there will be more fees generated, which can be reinvested into the system. The other half of the revenue is going directly into the development of our Karatcoin bank, further increasing the value of the KCB and the trust in our bank. Thereby, we are returning the increase in value to all of our partners, affiliates and coin holders. I see the Karatwass ecosystem in the next 10 years as a leading financial system on the world. There is no alternative to the debt. We have in Germany 2 Billions, in the United States 20 Billions and that no one can no longer pay back. And that's why we are now going to create a tax system that has a value behind. and that's why we want to improve the ecosystem and create more peace in the world. I feel for the future as well as my money storage and the trade opportunities in Karatwass. With Karatwass we will not be more from Fiat money and I want to be part of this unique payment system in the world. I have to take the challenge and do all the work and until now I am successful. So I love to work in a system like this where I have challenges. I think that we can create a new world market here but it is not right. It is the oldest world market in the world since 2800 years. With our all-in-one ecosystem we offer you more than any other investment today giving you access to everything, securing your money in real assets, trading online with a gold-backed coin and an alternative real-world currency with the speed, safety and versatility of blockchain-based cryptocurrencies. Find out more about the KB universe and see what it can do for you. We will be there long-term because our assets are there long-term. That is a sensation. That is really something very special. That is all what Karatwass suffered. Now the decision depends on the user. The highest value that the person has are love, respect, recognition and friendship. And that is how we should build our lives. For that I am and for that I work and for that I am 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 that I am and for that I am and for that I am ...... incoming sequences